Ich hatte dem Streamer Naitan vor zwei Tagen ein Gespräch angeboten. Und ja, ihr merkt es gerade, ich bin hier im Stream und rede jetzt darüber. Ihr werdet es also wahrscheinlich schon ahnen. Naitan hat danach eine ziemliche Shitshow abgezogen. Ich habe vor zwei Tagen gefragt, hättest du Lust, mit mir über Cancel Culture und freien Diskurs zu reden? Also am 21. Januar um 13.01 Uhr. Also vor zwei Tagen und zwölf Stunden, also zweieinhalb Tage her. Okay, jetzt kann man sagen, Naitan ist nicht jeden Tag auf Twitter. Das hatte ich mir nämlich auch gedacht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, als er gestern online war, frage ich ihn doch mal in seinem Stream, ob er irgendwie Lust hat, mit mir zu reden. Ich meine, miteinander zu reden ist immer besser als übereinander. Und Naitan meinte ja, er könnte uns zerquetschen wie eine Tomate. Also das ist jetzt ein Wortlaut, ich habe keine Clips rausgesucht, aber ihr habt das ja wahrscheinlich bei Polytopia schon gesehen, die da häufiger sind. Und dann ratet mal, was Naitan mit mir gemacht hat. Du bist für den Chat gesperrt. Also beziehungsweise was seine Mods mit ihm gemacht haben, laut seiner Aussage. Ich habe ja nicht gesehen, wer mich da gesperrt hat. Aber seine Mods haben mich dann einfach gesperrt. Ich war nämlich reingekommen, hatte gefragt, also ich hatte keine Ahnung, worüber Naitan da gerade im Stream geredet hätte, war mir auch völlig egal, also es interessierte mich auch gar nicht. Hatte gefragt, hey, wollen wir miteinander reden? Er hat das ignoriert. Und dann hat Tilted Floste mich versucht, in die Nähe der AfD zu rücken. Dann hatte ich ein bisschen mit Tilted Floste diskutiert und ihn kritisiert. Und dann war ich plötzlich gesperrt. Also entweder ich wurde gesperrt, weil ich ein Gespräch angeboten habe, oder ich wurde gesperrt, weil ich Tilted Floste kritisiert habe. Sucht euch aus, was ihr erbärmlicher oder weniger schlimm findet, je nachdem, ob ihr Pro oder Kontra Naitan seid. Aber ich finde jetzt beides nicht sonderlich diskussionsoffen, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. So. Obwohl, nee, wartet. Naitan hat auf diesen Tweet geantwortet. Naitan hat auf diesen Tweet geantwortet. Hier. Er hat geschrieben, also jetzt geht es um das, was er da in seinem Stream besprochen hat und weswegen ich angeblich gesperrt wurde. Ich habe über sehr persönliche Dinge geredet und nicht auf den Chat geachtet. Es ging nicht um dich und du wolltest Aufmerksamkeit. Also nein, das ist erstmal, also ich wollte, dass ich eine Antwort bekomme. Denn ich weiß ja von Prolutopia, dass wenn man Gespräche mit solchen Borkis vereinbart, vor allem ein Gespräch mit Naitan, dass man dann erstmal eine Woche vorher anfragen muss. Und in dieser Woche kann er sich ja noch anders überlegen. Das heißt, wenn ich das Ganze per DM vereinbaren würde, dann, ja, hätte ich halt das Risiko, dass er das Gespräch per DM wieder absagt und ich stehe dann blöd da. Also wenn ich dann schon Gespräch ankündige und dann kommt es plötzlich nicht dazu und DM-Nachrichten liegen, sowas machen nicht, da dachte ich, okay, mache ich es gleich öffentlich. Ist besser für alle Beteiligten. Ja. Aber natürlich kann man mir dann unterstellen, dass ich dann einfach Aufmerksamkeit will und nicht, dass diese Walkis einfach unzuverlässig und hinterlistig sind. Ja, und das mit dem Hinterlistig, das habe ich aus dieser Bubble schon häufiger mitbekommen, das ist die einzige Bubble, in der man Probleme hat, wenn man da Gespräche vereinbart. Also ich hatte das mit Dara erlebt oder ich hatte auch Seth von Dom per DM um Gespräche angefragt auf Twitter, hat bis heute nicht geantwortet. Also diese Leute, die ignorieren dann einen dann einfach, wenn sie, ja, wenn sie mit einem nicht sprechen wollen, die antworten einem auch nicht mal. Also alleine deswegen, weil ich mit dieser Bubble so schlechte Erfahrungen gemacht habe, dachte ich, lass uns das öffentlich ausdiskutieren. Und ihr seht's, ja, Nathan schien nicht so erfreut darüber zu sein. Es ging nicht um dich und du wolltest Aufmerksamkeit und hast genervt, obwohl du nicht Thema warst. Und dann haben die Motts dich gesperrt. Ich hab dich entsperrt und jetzt hör auf, dir die Hose voll zu machen. Also entweder Nathan hat so ein gebildeter Akademiker, wie er ist, zu viel Freud gelesen und ihm ist das nicht gut gekommen oder er sollte mal seinen Umgangston mit anderen Menschen überdenken. Oder beides. Entscheidet, was euch lieber ist. Jetzt hab ich auf Twitter geschrieben, ich will nur eine Antwort, die du mir anscheinend nicht geben willst. Was sagst du zu meinem Gesprächsangebot? Und das kann ich nochmal wiederholen. Was sagt Nathan zu meinem Gesprächsangebot? Das ist eine ganz einfache Frage. Er hätte ja einfach antworten können. Ihr seht's, er hat das Gesprächsangebot gesehen. Also hier oben ist der Tweet, wo ich schreibe, dass ich ihm ein Gesprächsangebot gemacht habe. Was schreibt Nathan? Nichts zum Gesprächsangebot. Also er sieht den Tweet und antwortet nicht. Wieso macht man sowas? Also sorry, dass ich das hier öffentlich austrage und ich weiß, das ist immer so ein bisschen Boulevardesk, aber mit diesen Rockies kann man nichts anderes machen, als das öffentlich vorzuführen. Also kann man da nicht einfach zu- oder absagen? Ich meine, er könnte ja auch sagen, nee, ich will nicht mit dir reden. Ich habe Angst, mich im freien Diskurs zu stellen, obwohl ich vorher so ein großes Maul hatte. Könnte man machen, wenn man ein bisschen Demut hätte. Aber nein, nein, nein. Also dann würde ja dieser Ruf des linken Mackers leiden, um den er hier die ganze Zeit buhlt. Also darf das natürlich nicht sein. So viel mein erster Take. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.